Holiday Party Frank Wann kommt der Weihnachts-Frank? Was kostet der? Und wie sind seine Animationen im Spiel? Frank greift mit seinem Weihnachtsbaum an. Darf er das? Der arme Baum? Bei der Ulti schwingt er den Baum und schmettert ihn auf den Boden. Auch da, der Baum tut mir leid. Wenn er verliert, rammt er den Baum in den Boden. Er möchte sich gern dahinter verstecken. Wenn das nicht klappt, hilft der Kübel oder ist es ein Lampenschirm über den Kopf? Ich glaube, Frank hat ein kleines Aggressionsproblem. Wenn er gewinnt, spinnt er den Baum und freut sich. Er kommt am 21. Dezember und er wird 150 Jams kosten. Wie findest du ihn?